Umfänglicher Schutz für anspruchsvolle Läufer. Die Craft Defense Windtide schützt sich vor übermäßigem Energieverlust durch Auskühlen. Die Tide besteht aus vier verschiedenen Materialien, die optimal auf die Körperzonen angepasst sind. Das Innenfutter der Laufhose besteht aus einem weichen Komfortvlies, was die Wärme isoliert. Trockentrainieren auch bei hochintensiven Einheiten. Das garantiert dir das feuchtigkeitsregulierende Obermaterial. Außerdem verfügt die Tide auf der Vorderseite über ein leichtes Windschutzlaminat. Die ergonomische Passform und der hohe Elastananteil geben dir viel Bewegungsfreiheit. Im Wadenbereich verfügt die Hose über Reißverschüsse mit Reflektoren. Für deine Laufutensilien verfügt die Hose über eine Tasche mit Reißverschluss. Mit der Craft Defense Windtide ist kein Wetter so schlecht, dass du dein Training absagen musst. Du erhältst sie in deiner Runnerspoint-Filiale oder bestell sie direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.